Willkommen zurück. Versuche mir gerade einen Zahn auszulecken, weil da noch ein Stück Brot drin ist. Aber das hat ja nichts hier mehr zu tun. Ich will spielen Zelda. Ich will mich noch nach einem Herzteil umgucken. Wenn ich das nicht kriege, geht es einfach sofort mit der Story weiter. Wenn ich jetzt allerdings kriege, dann nicht. Dann habe ich jetzt mal das Herzteil gemacht. Guck mal hier, jetzt ist immer einer, guck hier ist offen. Das ist ja schön. Aber die Vata ist sofort weiter. Jetzt ein bisschen weiter. Da hat einiges zu tun hier. Einiges zu erledigen. Vergegner, die jucken mich aber nicht. Ich will erstmal hier in Richtung Hyrule reiten. Mal gucken, was los ist. Irgendwo soll ja ein Gorode sein. Hoffentlich. Er schöpft es. Wie der hier zum Beispiel. Hallo, ihr Idioten. Ich habe das Master Schwert. Das macht doppelten Schaden. Oh, hi. Ich mag nicht mehr. Die Brücke ist zwar wieder ganz, aber ich bin so schwach, kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles, was ich brauche, um zu kräften, ist das Wellwasser. Wenn ich mich damit übergehe, geht es mir wieder gut. Warten wir uns doch zurück nach Kakariko oder wird es Quellwasser geben? Da wird es doch Quellwasser geben. Das ist jetzt gerade 6.18 Uhr am Morgen. Eine halbe Stunde früher aufgewacht, als ich wollte. Da dachte ich, ach, da sind wir einen weiteren Teil vor. Vielleicht möchte ich ja so eine andere Tagesstimmung bei mir. Ich könnte in Zukunft einfach raten. Hey, Navig, hast du den Teil morgens, mittags, abends aufgenommen? Oder betrunken? Was meinst du, willst du es tun? Ja, bitte. Wirklich? Na gut, chill auf dich. Wellwasser kühlt schnell ab und wir dann zum normalen Wasser. Du sollst dich also beeilen. Ja. Und das ist halt jetzt so eine Quest, wo man einfach nicht getroffen werden darf, was richtig ätzend wird. Weil wie man sieht, hier überall auf der Karte sind Gegner, die mich früher oder später entdecken werden. Wurde entdeckt. Und ich wurde entdeckt. Ich bin ein weiterer, das ist nicht gut. Bei denen auszuweichen, ist gerade gar nicht so schwer. Wow. Und zack, ist das Quellwasser kaputt. Ah. Das war ja cool. Richtig geil. Richtig geil. Oh, wir müssen nochmal von neu. Ich bin einfach mal hier komplett links entlang. Vielleicht macht das die Sache ja besser. Vielleicht macht das die Sache ja besser. Bam, bam, bam. Ähm. Ach, ich sage ja bisher viel, 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 viel besser. Oha, war ja so voll einfach. Einfach am Rand entlang gehen. Unfassbar. Bist du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mich damit wieder gehst, komme ich vielleicht wieder zu Kräften. Oh. Jetzt geht es mir wieder gut. Der Duft, die angenehme Wärme und das Gefühl auf der Haut. Das muss aus meiner Heimat sein. Ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen. Ja, mach das mal. Mach sofort wieder auf. Ja, mach auch schon neues Quellenwasser besorgt. Du erhältst ein Herzteil, sammle drei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. So, ähm, ich möchte nicht mal hier wegwappen, an eine andere Weiterecke gehen, weitere Ecke gehen. War ja heute dann noch gar nicht so lange, aber das hier muss noch gerade gemacht werden, dann wird es halt ein kurzer Teil, wobei so kurz ist auch sehr kurz. Mal gucken. Äh, hier oben gibt es noch Käfer, die ich bisher noch nicht gesammelt habe, hehe. Da oben sehe ich ja schon den ersten. Okay. Um. Oh. Ja. Na ist so. Ist hier oben noch irgendwo ein weiterer. Hier irgendwo ist noch ein weiterer. Da. Müsste jedenfalls irgendwo hier sein. Hoffentlich. Maybe. Oh ja, da an der Wand. So. Holen wir uns den. Bababababa. Hier ist Käfer gefangen. Und, ähm, ich kann noch ein Minispiel, das ich machen wollte oder sowas. Eigentlich gerade. Äh, nicht. Dann warten wir uns mal nach Schloss Hyrule. Quatschen da mal mit zwei, drei Leuten. Wohl. Hm. Hm. Ach, das ist wieder einfach ein kurzer Teil. Das ist auch mal okay. Sagen wir mal, dass auch mal ein kurzer Teil okay ist. Oder. Oder. Ist okay. Könnten hier den Laden mal besuchen. Da waren wir ja noch nie. Machen wir das Minispiel noch. Uh, ist das gruselig. Junge Freund. Willkommen im Reich der Träume und Hoffnung. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus. Und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört. Hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? In grün geschrieben steht übrigens da. Hehehehe. Ist doch ein netter Name, oder? Also, was ist? Sei kein Trauerkloß. Für Lumpy gibt es zehn Rubine. Kannst dich der Herausforderung stellen. Ja supi. Alles klar, dann los. Ähm, wir brauchen den hier. Dann kann ich von hier da rüber. Da drüben nach da. Da nach da. Und geschafft. Easy game, easy life. Unmöglich. Es ist ja fantastisch. Ein neuer Star wurde geboren und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitte. Welz den großen Köcher. Für 60 Pfeile. Hier, nice. Da können wir es wie die Zähne ausbeißen. Sobald wir den zweit irgendwas weiteres bekommen haben, können wir ihn zurück. Wahnsinn, da ist er! Ja, und das sind jetzt meine Fangirls. Weder War das ohne nach? War das? DER Übergeben wir ihr die Insekten, damit ich das Geld habe. 50 Rubine. Und nochmal 100. Naja, du erhältst 100 Rubine. Die Insekten, nur noch. Und ich weiß welche. Nein, das hätte ich schon haben können, die Schnecke. Aber es war mir egal. Es war mir egal. War mir egal. So, besuchen wir jetzt noch Thelma, wo sich die Gruppe des Widerstands trifft. Und mir einen Tipp gibt, wo ich als nächstes hin sollte. Helmas Wirtshaus. Da ist Thelma. Oh, Navig, da bist du ja. Ja, ich habe deinen Brief ignoriert, aber ich wusste eh, was drinsteht. Ich habe dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Alle mal herhören. Ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Navig, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Löhnerst du dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe? Meine Freunde und ich, wir wollten etwas für Hyrule tun, weil hier in letzter Zeit einiges schiefläuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren. Ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er. Ein netter Alter. Du solltest ihn kennenlernen. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Hör mal. Jetzt bist du extra hier, da kannst du ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch einfach ein wenig mit meinen Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Guck auf die Karte. Raffler versucht gerade in der Nähe des Hylias-Sees etwas über die Gerudo-Wüste zu erfahren. Da gehen wir auch hin. Da ist Raffler als nächstes. Und mit dem Rest hier. Uh, der sieht aber verdächtig aus. Ob wir den kennen. Moe bist du's. Schweigsam. Mysteriös. Mysteriös. Also dann. Tschüssi.